Ich hab' jetzt keinen Bock mehr gestreamsnipe zu werden. Ich geb' jetzt an meinen großen Bruder weiter. Lass' dich zusammen! Verdammte Scheiße, Mann, nein! Community, ich will die 9548 Likes sehen. Sofort! Und an alle Stalker, die jeden Tag meine Videos schauen und immer noch nicht abonniert haben. Wenn ihr jetzt nicht abonniert, dann werdet ihr 10 Jahre Pech haben. Also abonniere den Kanal! Und jetzt wünsch' euch viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Mann-Community? Ich bin gerade im Skin-Contest von einem Mädchen drin. Und zwar passiert hier absoluter Cringe. Keine Ahnung, was mit dem Mädchen los ist, aber sie sagt, wir sollen uns Skins aussuchen, die eventuell ihr neuer Freund sein könnten. Und ich habe mir einfach ein Mädchen-Skin gepackt. Vielleicht steht sie auf Frauen, wer weiß. Und ja, Mann, die bewährt einfach männliche Skins und sagt so, Ach mein Gott, Mann, du hast einen schönen Bart, der gefällt mir. Ich mag Männer mit Bart. So, Leute, willkommen zu einem neuen Skin-Contest. Und heute ist das Thema... Also, das Thema ist... Also, stellt euch vor, ihr wollt mich klären. Und ihr müsst es euch perfekt anziehen, perfekt aussehen. Stellt euch einfach das vor und zieht euch so an. Stellt euch schon mal hier in eine Reihe. Es geht doch direkt los, die Bewertung. Das hat nichts mit dem Skin-Contest zu tun. Das ist ein Skin-Contest Tinder, Bruder. Ey, hier ist ja noch eine Chaya. Okay, mal schauen, vielleicht wird sie lesbisch. So, auf jeden Fall, du hausticke Arme. Ich glaube, du warst im Krieg, oder? Hallo? Hast einen aussehenden Bart. Du kommst auf jeden Fall weiter. Hier, nice, nice. Hier mit der Jacke und dem Skateboard. Siehst auf jeden Fall voll hot aus. Oh mein Gott. Kannst auch weiter. So, ähm... So, ähm... So, ähm... Sieht nicht mein Mann aus, sorry. Nicht mein Fall. Okay, der stirbt, der Bruder. So, der Mieders. Komplett aus Gold. Full Gold. Also, das heißt, du hast sehr viel Geld. Die Seiten sind auf Null. Okay, kannst auch weiter. Äh, hast du viel Geld? Jetzt glaube ich nicht. Siehst auch jetzt nicht so aus, ob du Kanake bist. Also, ich stehe mehr auf Ausländer. Sorry. Okay, sie steht auf Ausländer. Also, alle Ausländer melden euch bei ihr. Und hier auf Bart. Das gefällt mir. Seiten auf Null. An den Klamotten, da musst du noch ein bisschen arbeiten. Aber sonst kommt eigentlich weiter. Kannst weiter. Kannst du bitte da hingehen? So. Auraskin. Hm. Na Junge, ich kann das schwer. Was war ich da? Hast aber einen kleinen Arsch. Äh... Siehst aus, ob du Geld hast. Aber sorry, du kommst leider nicht weiter. Hä? Steht sie auf Jungs oder Frauen? Hier auch ein weiblicher Skin. Die hat mehr was zum Grabschen. Oh la la. Ja, ich hab was zum Grabschen. Auf jeden Fall, du siehst hot aus. Und mit dir könnte ich mir auch sehr viel vorstellen. Okay. Du kommst auch weiter. Sie können sich mit einer Chaya was vorstellen. Jungs, sie ist lesbisch. Es gibt Konkurrenz, Leute. Also Mädels, ihr könnt euch auch bei Vanessa melden. Aber du bist Türke, du kommst auch weiter. Du gefällst mir nicht so. Hast auch blonde Haare. Ach, der No-Skin, der wird gemobbt. Deine Seiten sind nicht auf Null. Ah, seine Seiten sind nicht auf Null. Bruder, seine Seiten sind auf tropischer Regenwald. Ja, das war's mit ihm. So, jetzt zeigt mir euren Tann. Okay, wir zeigen uns jetzt unsere Tänzer, Leute. Du zeigst mir zuerst deinen Tann. Ah, okay, 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 okay. Auf jeden Fall, du kannst kämpfen und mich beschützen. Das freut mich. Du kannst kämpfen und mich beschützen. Du kannst auf jeden Fall weiter. Mir das, zeig mir deinen Skin. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Okay, ich bin dran. Also, mit deinen Fingernpissen, da kannst du mich überhaupt nicht beschützen. Ruby? Oh nein, was war das? What? Sie verbeugt sich von mir. Nice. Du kannst auf jeden Fall weiter. Oh mein Gott, ich hab mich vorhin verbeugt und das war random. Digga, ich komm weiter. Also, jetzt stell dich mal wieder in die Reihe. So, jeder macht mal hier seinen Spray hin. Das ist so cringe. Digga, das Mädchen klärt sich ein Fortnite-Skin. Fortnite-Tinder-Land. Oh nein, Mann, ich hab hier nix, Mann. Nicht mein Geburtstagsplaner. Komm schon, komm schon, Bruder. Spray. Okay, ich mach die Türe. Okay, da ist die Tür. Und jetzt? Und du bist meine Liebe. Hinter der Türe. Nee, das hat mir nicht so gefallen. Was? Sorry, ey. Was? Oha. Ey, die haben wir nicht... Die wollen mich umreißen. Scheiß-F***-Stream-Sniper, Alter. Reicht doch. Mein Gott, reicht doch. Du Peach, Alter. Reicht doch einfach. Hä, was? Fack dir so ab. Habt ihr keine Hobbys, oder was? Reicht doch. Leute, wir starten jetzt neue Runde. Gar keinen Bock mehr, Alter. Das ist ein Junge. Oh nein, Junge. Das ist ein Junge mit einer Mädchenstimme. Was geht ab, Mann? Wie cringe. Wir sind in der nächsten Runde drin. Aber krass, Bruder. Das ist einfach ein Typ. Der macht einfach eine Mädchenstimme. Bruder, das ist absoluter Cringe. Weil der sucht sich einfach einen Typ, einen Freund, in dem der Fortnite-Skits bewertet. Was geht hier, Bruder? So, Leute. Wie geil ist da drauf. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, gestream-sniped zu werden. Ich geb jetzt auch meinen großen Bruder weiter. Ey, das ist sie. Und da traut sich sowieso niemand, zu stream-snipen. Deswegen, Leute. Ciao. Dann, boah. Jetzt bin ich dran. Auf jeden Fall. Okay, Leute. Ey, krass, weil viel stimmt hat der Junge. Es geht doch direkt los, Freunde. Auf jeden Fall. Ich hol jetzt Vanessa. Vanessa. Komm mal. Auf jeden Fall Banan-Skin. Ey, Leute, Mann. Der redet mit sich selber mit zwei Stimmen. Wie geil ist das denn, Mann? Okay. Der Typ ist so lustig. Zu dem Banan-Skin. Ich weiß nicht. Also, ich würde ihn nicht weiterhelfen. Das ist echt dann. Damn, das ist eine Banane. Sorry, Bro. Ich hoffe, ich kann weiter. Damn, deine Skin-Kombi passt überhaupt nicht. Dir kann ich leider nicht weiterhelfen. Was sagst du, Vanessa? Ähm, ich würde ihn auch nicht weiterlassen. Kill den mal. Okay. Damn. Oh. Ey, bitte lass mich weiter, Bruder. Das ist so lustig, Mann. Ich will dich nicht töten. Boah. Bitte, Bruder. Du bist der Geilste. Diese Haare. Oh, yeah. Okay, Vanessa. Ich würde ihn sofort weiterlassen. Ähm. Ich. Äh. Ich auch. Guck mal, seine netten Haare. Ganz hoch. Okay, Leute. Ich will weiter. Jawohl. Damn. Oh, nein. Es kommen jetzt nicht Brace dran. Ich werde safe verkacken, Freunde. Ich bin so schlecht da drin. Aber das ist ein Bananes. Oh. Auf Disrespect, oder was? Ähm. Hier, der Dings. Das sind meine Freunde, Bruder. Auf ganz gefällig. Oh. Damn. Ja. Checkt ihr das? Schritt. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Yeah. Gib mir. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, du kommst auf jeden Fall weiter. Du kommst ins Finale. Ja, Freunde, ich komm weiter. Ey, meine Story hat einfach keinen Sinn ergeben. Okay, dafür brauchen wir Ali. Ali. Komm her. Ali, wer ist Ali? So, was sagst du zu seinem Talent? Guck mal, Ali. Okay, ich gucke. Okay. Oh, shit. Auf Flex, Mann. Okay. Es geht jetzt ab, Mann. Ich würde dich weiterlassen. Was sagst du, Vanessa? Ja, ich auch. Und du, Yunus? Ja, ich auch. Äh, der ist ein Bärler. Oh, verdammte Scheiße, Mann. Dein Bruder hat drei verdammte Stimmen. Ein Fisch? Der auf Wellen surft? Ja, okay. Ich würde ihn weiterlassen. Und du, Vanessa? Ja, ich auch. Der Typ ist einfach ein kompletter Film, Mann. Und der hat nur 300 Abonnenten. Der hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Das dauert mir viel zu lang, Mann. Ich knall ihn jetzt ab. Jawohl. Oh, nein. Oh, nein. Scheiße, Junge. Dann bin ich einmal kurz weg, weil der Controller ausgeht. Dann werde ich gleich gekillt vom Stream-Sniper. Es reicht doch. Reicht doch, Alter. Immer diese Scheiß-Dreck-Streams. Oh, mein Gott. Was macht denn das? Das zerstört alles. Peaches, Alter. Reicht doch. Oh, shit. Der Bruder dreht durch, Mann. Wie geil. Direkt in die nächste Runde. Freunde, wir sind in der nächsten Runde drin. Und das Thema ist jetzt böse. Ey, der rastet komplett aus. Digga, das ist zu wild. Ich will das erraged. Ich hab gar kein Wort mehr zu warten. Der ist mies talentiert. Und miese lustig. Wir nehmen jetzt komplett Hobbits. Ich mach den richtig Willy-Willy heute. So, wenn ihr bereit seid, stellt euch hier hin. Ich will ihn direkt anschießen. Der soll noch kommen. Wann ist da was dazu zu dem Werfer? Also, ich werd mich faffieren lassen. Der sieht echt sexy und böse aus. Kannst weiter. Man ist da, würde sich verführen lassen von ihm. Okay. Du bist ein Hitzekopf. Okay. So sieht gerade mein Kopf aus. Gegen den Stream-Snipern. Aber du kannst jetzt weiter. Alex, du kannst jetzt wieder reden. Ey, mit dem muss ich irgendwie ein Video machen. Re-Talk. Ich muss jemanden pranken mit seiner Mädchenstimme. Ich kill ihn. Da redet mir zu viel. Katzen-Skin böse. Okay, du bist nice. Böse. Okay. Aber warum nennt man dann ein Bat-Pack? Also, von Batman ein Umhang, Bro. Ciao, Bruder. Ciao, ciao. Ach, der killt den. Ich bin dran. So. Alex, du kannst jetzt über diesen Skin urteilen. Okay. Ja, siehst nice aus. Ich seh nice aus. Ich weiß, ob ich nice aussehe. Dein Maul, Digga. Es reicht doch, du Hobby-Loser. Reicht doch mit dem Stream-Snipern. Boah, Alter. Die kannst du eine Freundin haben. Ja, wie los muss man sein? Alter, Rage mit seinen verschiedenen Stimmen. Damn, boy. Okay. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Verdammte Scheiße, Mann. Nein. Oh mein Gott. Das ist so geil, Digga. Was geht ab, Mann? Oh ja. Der ist richtig Willy Willy geworden. Okay, Freunde. Das war's mit dem Video. Wir haben ihn auf jeden Fall zum kompletten Rage-Kit gebracht. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Er hat nur 300 Abonnenten. Und viel zu wenig Aufmerksamkeit. Macht ihm die 1000 Abonnenten voll, Freunde. Auf Ehrenbruder-Basis. Neben meinem Kopf erscheinen noch weitere Videos von mir. Schaut sie euch unbedingt an. Haut rein und schaut rein. Euer Buri.